Bitter für die Eisbären. Danny Richmond 34 hat sich im Training das Innenband gerissen, fällt mehrere Monate lang aus Punkt nach Frank Hörtler 32, unter Körperverletzung, ich muss Geduld haben, einen Plan für meine Rückkehr gibt es noch nicht. Fällt mit Danny Richmond 34 der nächste Top-Verteidiger länger aus. Der Kanadier fehlt mit im Training zugezogenem Innenbandteilriss bis zur Olympiapause im Februar. Weil danach nur noch drei Spiele auf dem Plan stehen, ist die Hauptrunde für Richmond quasi vorbei. Holen die Eisbären jetzt Verstärkung für die Abwehr? Wenn es nach Chefcoach Uwe Krupp 52 geht, muss Verstärkung her, lieber heute als morgen ein Trainer wünscht sich immer Spieler, damit die Mannschaft vollzählig ist. Aber die Entscheidung wird in der Manager-Etage gefällt und Sportdirektor Stefan Richer 51 sieht keinen Bedarf. Er sagt momentan ist das kein Thema. Wenn Florian Busch-Schädelprellung, Anmerkung der Redaktion wieder fit ist, kann der auch Verteidiger spielen. Und Maxi Adam kommt ja auch demnächst von der U20-Auswahl zurück. Punkt hoffentlich verkalkulieren sich die Bären nicht. Denn noch sind gute Spieler zu haben. Wie es geht, zeigt Meister München, der am Freitag den Kanadier Keith Auli 28 von den Chicago Wolves holte.